Hi, ich bin Felician aus der Basketball-Abteilung des Postes von Lunday. Und heute habe ich eine Challenge für euch. Dafür braucht ihr nichts weiter als euren Basket und einen Tennisball. Ihr nehmt den Basketball in eine Hand, den Tennisball in die andere Hand. Den Basketball werfen wir immer so nach oben, den Tennisball haben wir am Anfang auf der Hand und fangen ihn von oben. Das machen wir beides gleichzeitig. Dann wechselt ihr die Hand und versucht einfach wie oft ihr es schafft. Nehmt euch auf und schickt es in eure Mannschaftsrucke.